Eierİ點我是Jer Und das ist dere이죠 Und zusammen sind wir LegionaryaFilm Die haben eine neue Folge FilmGEEEEEGG The Film Fucked The Film Film seja TheFucked Does �-Ich-Fucked und ihr kennt alle Filmfakten Yeah Terminatorsch https hat es noch immer noch ziemlich drauf vor allem Moskau die Soundeffekte sind echt nicht so schlecht und eine der Soundeffekte hat einen ganz besonderen Turn denn als beispielsweise der T-1000er eine Kugel in den Kopf bekam und dieses Geräusch von sich gab Wurde dieser Sound in Wirklichkeit so kreiert, dass man einfach ein Mikrofon in einen Kondom gesteckt hat Und das dann in Mehlwasser oben gerührt hat Und dann kam das hier Was ich mich eher frage ist, wie sind die darauf gekommen? So, hat der gerade, was hat der gerade gemacht? So, die kommen nur so in sein Studio rein, so Greg, was machst du da? Was? Äh, ich mach gerade Soundeffekte Hat er so, du bist ein Genie, Greg Äh, ich weiß Unser nächster Fakt ist nicht aus einem Film, sondern aus dem Märchen Dornröschen Ihr wusstet ja vielleicht, dass die Märchen der Gebrüder Grimm keine wirklich selbst ausgedachten Märchen sind Sondern einfach nur Mund-zu-Mund-Erzählungen, die teilweise Jahrhunderte alt sind Und von ihnen aufgesammelt und aufgeschrieben wurden Ja, was einige von euch vielleicht nicht wussten Und was ziemlich krass ist, ist, dass diese Geschichten gar nicht so harmlos sind, wie man denkt Sondern teilweise ziemlich grob und blutig waren Ja, diese Geschichten wurden von den Gebrüdern Grimm einfach entschärft Und mit der Zeit immer sanfter und harmloser dargestellt Also wurde Dornröschen auch nicht wirklich durch einen Kuss ihres Prinzen geweckt Nicht ganz Sondern viel eher von einem Mann, der ins Schloss eingedrungen ist Vergewaltigt, hat zwei Kinder bekommen Die sind dann wieder rausgeschlüpft Und später, als die Kinder dann die Hand ihrer Mutter berührt haben, um den Flachsfaden zu entfernen Erst dann ist sie aufgewacht Aber ey, war fast wie ein Kuss So, jetzt stellt sich mir die Frage Wie zur fucking Hölle kommt irgendwer darauf, aus so einer Geschichte ein Kindermärchen zu machen? Oh, eine Frau, die in den ewigen Schlaf gefallen ist und vergewaltigt wurde, zwei Kinder im Schlaf bekommen hat Hm, hört sich fast nach einer Kindergeschichte an Ein bisschen Änderung hier, ein bisschen Änderung da Wow, hey, wir haben doch ein Röschen Für 99 in ihrem Markt erhältlich Und der nächste Fakt ist aus dem Film The Hobbit In dem Hobbit-Film ist ja Bilbo Beutlin mit einer Gruppe von Zwergen unterwegs Jeder dieser Zwerge hat seine eigene Background-Story und ist interessant Und wurde extra geschrieben Aber dann gab es ihn hier Der Typ, der niemals sprach Denn ob ich glaubte noch nicht, der Zwerg Bombo spricht in der Hobbit kein einziges Wort Der hat nichts zu sagen, obwohl er die ganze Zeit mit denen unterwegs ist War also die Rolle seines Lebens Frag mich, wie sie ihm sein Script gegeben haben Oh, endlich kann ich bei der Hobbit mitspielen Ich will meinen Text haben Ja, ich geb dir jetzt den Text Aber bevor du das nimmst, muss ich dir eine kleine Sache sagen Ah, gibts schon her, gibts schon wo Ich sag gar nichts Ich sag, ich sag gar nichts Stimmt schon, du sagst nichts Nee, du sagst nichts Weiter geht es mit The Avengers In dieser Szene nach den Credits gönnen sich die Avengers ein bisschen Shawarma Ja, ihr habt richtig gehört Die gönnen sich gerade wirklich Shawarma Ja, der Schauspieler Chris Evans, ganz links Captain America Trägt gerade in Wirklichkeit eine Gesichtsprothese, um seinen Vollbart zu verdecken Denn er sich für den nächsten Film heranwachsen lassen hat Deswegen verdeckt er auch sein Gesicht so unauffällig die ganze Zeit Mit seiner Hand Ich esse gerade Shawarma und hab meine Hand hier so ganz komisch Aber ich hab keinen Vollbart Der Schauspieler Mark Warburg holte erst neulich Und zwar im Alter von 42 Jahren Seinen Highschool-Abschluss nach Denn als Jugendlicher geriet Mark Warburg auf die falsche Bahn Und wurde sogar des versuchten Mordes angeklagt und verurteilt Doch sein Leben hat sich komplett gewandelt Und inzwischen ist er sehr erfolgreicher Schauspieler Sogar Oscar-nominiert und sogar Filmproduzent Aber um seinen vier Kindern ein gutes Vorbild zu sein, holte er noch seinen Highschool-Abschluss nach Denn wir wissen ja alle, Schule ist das A und O Und vielleicht auch manchmal das Trypsilon Ich geh jetzt Kommen wir nun zu einem etwas lustigeren Fakt Und zwar ist es im US-Militer ganz üblich den Satz zu sagen Ich bin Batman Dort werden nämlich Offiziere, die höheren Offizieren bei besonderen Aufgaben dienen Als Batman bezeichnet Im Deutschen würde man diese Batmaner Ordnern-Offiziere nennen Also könnte man jetzt sagen, dass Alfred Batman's Batman ist? Wie das wohl aussieht? Ey, ich bin Batman Und ich bin Batman's Batman Nun älter Wo ist der University of Westminster in London herausgefunden, dass es tatsächlich Mehr Kalorien verbrennt Horrorfilme zu gucken, als andere Filme anzuschauen Und zwar liegt das daran, dass der komplette Körper zusammenzuckt und aufschreckt, wenn man Horrorfilme guckt Und ja, das verbrennt Kalorien Bei den üblichen 90-minütigen Horrorfilmen werden im Schnitt ca. 110 Kalorien verbrannt Wer aber mehr verbrennen will, der sollte sich eines der folgenden Filme anschauen Auf Platz 5 Saw mit 133 Kalorien Alien mit 152 Kalorien, die verbrannt werden Der Exorcist mit 158 Kalorien Der weiße Hai mit 161 Kalorien Und auf Platz 1 The Shining mit ganzen 184 Kalorien Das ist ein halber Cheeseburger Nur durchs Film gucken Ich scheife mal auf Sport Filme gucken Cheeseburger und Filme gucken Und unser letzter Filmfakt ist aus dem Film The Expendables Kennt ihr noch Sylvester Stallone? Ja, der Sylvester Stallone, der alle immer weggeboxt hat Ja, der hat sich nämlich in einer Kampfszene mit dem Wrestler Steve Stone Cold Austin verletzt Die Diagnose lautete Genickbruch Genau gesagt war, dass ein Haar ist im Halswirbel Deswegen Stallone viermal operiert werden musste und jetzt eine Metallplatte sogar im Nacken trägt Ich will nicht der Grund dafür sein, dass Sylvester Stallone ein Stück Metall in seinem Nacken trägt, okay? Der Typ, der rohe Eier trinkt, als wäre das Kool-Aid Der Typ, der in zartes Fleischbox, das ich gerne esse Der Typ, der so viele Treppen hoch und runter läuft, wie der Typ aus dem Film, in dem Sylvester Stallone mitspielt Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist Stone Cold, du hast verkackt So, das war die Folge Filmgeek Habt ihr noch Fragen für Ask Jen and Aria? Weil die Zeit läuft langsam, Freunde Ja, die Schreibt sie uns Könnt ihr uns unter dem Hashtag Ask Jen and Aria auf YouTube, Twitter, Instagram oder Facebook schicken Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung oder links und rechts von uns Ansonsten würde ich jetzt sagen, abonnierst unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst Ihr könnt uns auch auf Schülervorzeit schreiben Ja, das war die Folge Filmgeek